So, das andere Team, bitte herkommen. Bitte, bitte, bitte. Hallöchen. Dein Kollege kommt noch, ja. Ja, habe ich gerade eingenommen. Perfekt. So, die gleiche Frage an euch auch. Solltet ihr heute Abend das gewinnen, hättet ihr Bock, nächste Woche Mittwoch gegen das Siegerteam der Frauen zu spielen? Theoretisch würde ich zustimmen, ja. Also, wenn ich Zeit habe, dann denke ich schon, ja. Wäre eine coole Sache. Also, es wäre die gleiche Bedingung, gleiche Preise. Insgesamt darf jedes Team drei Runden spielen. Die beste Runde davon wird gewertet. Ja, okay. Gut. Weil ich hatte die Frauen schon gefragt gehabt, die hätten Bock. Das andere Team, was gerade vor euch dran war, hat auch Bock, falls es gewinnt. So, wenn ihr gewinnt und auch Bock habt, wäre natürlich ja coole Sache. Dann kann man so quasi so dieses Nonplusultreier machen. Würde mich freuen. Ja, das würde ich dir denken. Ihr bleibt bald neu bauen oder geht ihr ins Bauen rein? Ihr bleibt neu bauen. Gut. Möchtet ihr Team oder möchtet ihr Trio? Team. Team. Habt ihr noch Fragen? Hm, ne. Gut. Habt ihr mitgekriegt, was die gerade eben für Punkte geholt haben? 18, ne? Genau. Okay. So, dann wünsche ich euch viel Glück. Ja, du brauchst die gar nicht mehr Sturm, das wird nicht. Das stört nicht. Okay, alles klar, dann bleib ich so. Ja. Ihr habt ja vorhin ja auch gut rasiert. Aber man hat es ja selber gesehen, die haben von 30 gut jetzt 18, also man kann ja nicht immer beeinflussen, was das da für Runden wären, weißt du? Man kann ja wirklich sterben, man kann. Ist so. Sagt man meistens ein Mensch auch so und man kann nicht jede Runde da gewinnen oder so. Ist das wirklich so? Ja. Nun denn, jetzt sind wir gespannt, wer gewinnt. Wie gesagt, 80 Punkte ist trotzdem eine starke Leistung und auch etwas schaffen. Ist es, ne? Ist so. Also dafür, dass die da ganz schön geschwitzt haben. Ja. So, komm, Spiel. Hopp, hopp, hopp. Wo hattet ihr denn vorhin gesehen? Glaubt, dass das auf Auffüllen stand? Da stand er aber, dann hast du ready gemacht? Auf einmal steht da nicht Auffüllen. Oder war einfach nur dieses nicht mehr da gewesen? Weil, warte, wenn das jetzt vorhin zieht, warte. Ach, nee. Doch, dann steht nämlich da nur Auffüllen. Kann auch sein. Oh. Ja, und wenn. Ich hab mich mal gewundert, auf einmal Trio. Nö, und wenn, dann hätte ich es abgebrochen. Wird nicht so schlimm. So, auch für euch ganz wichtig, soll ich Disconnect haben. Was auch immer, bitte Foto machen von eurer Leistung. So, dass es dann nachher dann auch kein Ungereimtheit gibt, weil ich nicht weiß, ob die VOD das noch aufgenommen hat. Oh, ja. Oh, ja. Oh, komm, gehen wir nach Klappen wieder. Das ist vorhin was. Ja, okay. Nichtsdestotrotz 35 Punkte, um gleich zu ziehen mit den Frauen, oder 36, um den Frauen eins reinzuwürgen. Das ist schon schwer. Ist es aber auch. Weißt du, habt ihr dabei gewesen? Nein, ne? Äh, ne, ne. Also, die haben da also nicht durchgeschwitzt. Also, wirklich. Die haben... Ja, die haben einen ganz normalen Mängel geholt, oder dieses Special Rounds? Ne, 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 mit Kills, mit E-Fischen und Medaillons. Ja, Grace schreibt gerade, sie musste danach duschen. Also, sie war wohl ziemlich fällig gewesen. Ich frag die Leute, wo soll ich dann, damit ich safe sterbe? Bosskampf. Ja, hier. Shitten Didi. Hey, ihr Schächtküter. Also, geht doch. So, haltet durch. In ungefähr 40 Sekunden bei All. Ja. Stürm, musstest du dir nicht permanent sagen. Das war ein Mängel. Das ist kein Mängel. Das ist kein Mängel. Kein Mängel. Ja, ich seh ihn nicht. Versteckt sich. Ja. Komm, wir sind Steps, ha? Ich komme. Zwei Steps. Auf dem Dach. Geh mir auch. Warte kurz hin, ja. Ist so, Philly. Ist so. Hier. Hier. Hey, Schilly. Probot, bitteschön. Das Spot habe ich ja nun hier wirklich abgelehnt. Über uns, ha? Ja. Okay. Na komm, zwei, drei. Drabann? Mira. Arse, hör auf zu lachen. Ist es gefallen? Ich pushe dich mal. Quick. Good. Ich habe die ganze Zeit weg, dort. Stark. Good. Quick, meine. Right, good. An mir. 120. Good. Stark. Erst bei der Mörder. Erst sechs Punkte, das ist schon was Stabil. Die Lacken Ledergänge. Zumindest für dich. Ich habe einen Special-Mach. Habt ihr die Skits jetzt nur gebet, weil ich die trage? Tragt ihr die sonst auch? Nein. Ich nochmal. Wir hatten die gerade wegen Cup getragen. Okay. Also, wir hatten zuerst Konze Cup gespielt. Mhm. Und dann kam noch dein Cup. Und haben wir heute abgebrochen. Okay. Wie weit seid ihr gekommen bei dem anderen, so? War nicht gut. Wir sind eigentlich ziemlich auf Ostbahn gestorben. Könntest du hier unten die Fesse? Hm, jo. Das ist doch nochmal eine ganz andere Liga von anderen Mitspielern, ne? Ja. Sehr sweatig und camperig, so. Ja, alle haben nur gekämpft. Wie seid ihr auf Unreal-Modus, ne? Habt ihr diesen Busch-Camp-Daddy-Über-Halt schon mal getroffen, in eurem Modus? Sehr oft schon. Äh? Ja, bestimmt schon zehnmal. Tötet ihr ihn auch oder supportet ihr ihn? Ich hab mir nur einmal geholt, also. Ich hab den noch nie getroffen. Mhm. Okay. Ich hab bot, ja? Ja. Aber ich glaub, per... Also, selber spiel... Hm... Weniger, ja, der ist... Der kennt wirklich nur, also. Der lockt doch schlau. Du kriegst ja wenigstens noch mit hin. Und, und, safe. Die Sitz. So, wo haben wir euch denn Team 4? Also, dann packen wir euch hier doch schon mal die ersten drei Punkte hin. Also, mit ner Daumen, Punkte, ne? Jetzt habt ihr euch schon mal zehn. Das ist schon mal stabil. Ja, das war ein Lump-Game-Wahn. Hier oben ist noch ein Luft-Berniger, ne? Ja, ich mit. Ach, übrigens, die Frauen haben's im Null-Bone geholt. Null-Bone? Mhm. Krass, dann falken sie schon. Dead. Einer aus der Fähre. Dead. Hier, einer. 16, 16, okay. Das kann ich selber nicht, man. Dead. Richtig. Oh. Vor mir. Mhm. Der geht jetzt rein. Oh mein Gott. Oh, schön. Ja, mein Gott. Ich bin so nicht. 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 Ist du dahin? Es ist zu schnell. Ja, genau. Ja. Ich mach mal schon mal. Ich mach mal schon mal. Ach, schüss. Ui Ja das stimmt Da ist was dran du Ich glaub das ist ja nur Botskampf oder? Ich die hier ja, außer in der Stadt Ne alles gut Das ist wohl so Das waren nur die ultimaten Aktenpunkte, ich weiß nicht Ja, ich weiß nicht Okay Und Film 1, 2, 3 Oh mein Gott Scheiße Eigentlich ne gute Throne Ja Grace, ich kanns grad nicht zulassen, ich komm mit der Maus grad nicht rüber Nur so'n Loch, deswegen sperrt der das? Was ist das denn für ne Kacke? So klein? Ey, so klein, nein Äh, ne Oh Gott Auf einmal hütte ich nichts mehr Oh mein Boah, das hat irgendwie geklappt Ist der zweite? Wie ist das denn, ne? Da war ja nur noch Was sind da oben noch welche? Hä? Auf mich wird geschossen haben wir irgendwo Hallo? Dem R oder so Jungs? Ich kann mich nicht mehr platzieren Leib trotzdem noch drin Ich hab die Möglichkeiten her Zumindest eine PageSafe Die dann noch abzustausen Weil wenn ich von euch schon so viel Support schon kriege mit Bits Und mit einem Abo und blau und blub dann gebe ich auch Bits zurück Weil ich will daran ja nichts verdienen Ich will die Ich will die Auch nur noch, oder? War das ein Bot oder eigentlich der Spieler? Ein Bot Der geht mal Okay Aber der hat sich dann vorhin gut mit dem ergelbt Guck mal Grace, haben wir noch die Möglichkeit zu gucken Ob die Herren 36 schaffen Noch ist das möglich Oh, schluss mal Und wo denn? Ich glaube von da Ja, ja Da wird direkt weg Das greift mir auch alles, ne? Chito Deswegen freu ich mich auch, dass wir uns voll beziehen Ich mach's Flächer Dann mach's Flächer Darf ich euch kurz was fragen? Oder seid ihr gerade in Konzentration? Ja Ich bin in Konzentration Angenommen Ihr beide Wärt jetzt Mit null Kills Ja Ich sag mal Das zweitletzte Team Und würdet Das letzte Team Ohne es mit einer Waffe getroffen zu haben Mit einer Shockwave Davon schleudert in die Zone rein Und die verrecken dadurch Und ihr bekommt den epischen Obwohl ihr eigentlich vorher null Kills hattet Bekommt ihr dann als Kill gut geschrieben Oder ist das einfach nur so ein Schaden an den Gegner selber Also wisst ihr was ich meine damit? Ja, ja, ja Also wenn wir ihn vorher irgendwie Damage gemacht haben Dann kriegen wir ihn zugeschrieben Ja Wenn wir ihn gar keinen Damage gemacht haben Dann Sondern einfach nur in der Shockwave Einfach rausgeschleudert Ja Ich glaub dann kriegen wir den Kilmisch Dann kriegt ihr keinen Kill Also dann wäre man immer noch auf null Ja Gut Alles klar Frage beantwortet Dankeschön Ja Müsst du so sein, ne Leo? Ich denke auch, ne Ja Ich hab schon gut einen Hut Das Medaillon ist bei Reels Ja, schwebt Anna Wollt nicht geholt Krass Hm, was? Anna Wollt nicht geholt Ja Ist doch gut Das 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 Wollt ihr wirklich auch Rillgore? Wäre ja geil Ihr wollt Ihr wollt den Strom das zeigen, dass ihr besser seid, ne? Ja, ich glaub die Es geht um das Medaillon jetzt noch Sonst Eigentlich Aber das Ding ist, auf dem noch so wenig, ne? Fünf Schwierig Ich bin dran, Epischer bringt auch schon mal fünf, ne? Ja genau Dumm, ne? Aber ich will euch da nicht rein Da gibt's noch ein Zipline! Hä? Ach da! Soll ich den Poltern? Zweimal hit! Wohin ich den? Kann man eigentlich so hoch nehmen? Weiß ich gar nicht! Alter, guck mal! Das geht doch mal los! Der läuft noch mal allein, ich hit den nicht! Ich hit den! Nein, jetzt hier verlagern wir so lange am Dauern, mein Schatze! Hm! Hier vorne war noch Gegner! Ah, da ist einer! So! Hab ihn! Jetzt bin er entfernt! Ja, aber den Snipe durch den nicht geht das auf der Stand einfach still! Mit der Joffa und so, wo war? Hm. Vom Feld! Was ist so, bist du hier der berühmteste Spieler, den man so kennen könnte, auf den ihr so getroffen seid? Ich bin schon auf vier getroffen mit voller Tagen! Mal die Kuka und März da! Oder wieder aufgesprochen jetzt! Weiß ich zwei, ist die Mongral oder Riesel da wieder rein? Die Leute? Mongral auch schon, ja! Es war... Sie sind drei, glaube ich, wenn die... Gibt bei nicht einer? Alle sind auch Gegner! Ja! Ja! Ich seh's! Ist das wirklich so guter Spieler? Oh shit! Der nächste Platz war! Ja, ich seh's! Da ist auch einer über dir! Pass auf! Ich seh's! Ich seh's! Ist ein Bot von mir! Ist das tot? Nein! Scheiße! Bei mir waren noch ein Super ins Kinn! Ich komm zu dir! Da hinten! Keiner im Pool zum Pusher! Er kommt da, oder? Ja, da ist einer langweil! Jetzt ist ich! Ach, nicht! Das ist schon correct! Was ist gesnipet? Schlag! Oh, gesnipet! Alter, oh mein Gott! Oh, die snipen gut! Ich hab da alles kapiert! Was ist gesnipet? Ja, knock! Ja, knock! Schön! Ich seh's! Ach, jetzt geht's ja! Mhm! Eine ist finished, aber einen auch noch! Eine cracked! Ah, das ist gleich! Aber mehr Banane! Ich bleib' da noch einmal! Nein, mach! Keiner weit! Alter! Ich bin mal ein bisschen voran! Das? 20? 30? Das ist weit! Oh, was seh' ich da? Was seh' ich da? Ist es? Ja, ist aber schön! Da ne Insel, wahr? Schieß'n die Metze! 3! Oder? Ne, noch 3 Teams! Ich bin nur ne Energie hier vorne! 32! Grace! Oh, oh! Ist ja dürftig! Kommen wir zu uns, hm? Da sind zwei! Hm, ja! Okay, ja! Drei Teams auf acht! Die fighten, oder? Ja! Die fighten! Die fighten! Die smashen! Da hinten! Okay! Ah, das sind mehr Augen! Da oben! Ecke zwei! Na, noch mal drei Zeich! Na, drei! Da wird reichen! 150! Markschild! Komm, ist einmal noch! Ist der letzte, oder? Da kommt's mal! Kommst du dir! Fett! Ehehehehehe! Jo, ein Schwitzer hier! So, jetzt wollen wir doch mal gucken, was ihr insgesamt abgestaubt habt! So, komm, lass nicht rein! Alter! Also, wir haben einmal 26 Punkte! Richtig? Ja! Plus neun! Richtig? Plus neun, ja! Ihr habt auch 35! Ja, aber der Ring, oder? Ach, stimmt! Ihr habt 40! 40 ist stark, Alter! 40 Punkte! Coole Sache! Ey! Komm! Könnt ihr, könnt ihr Mittwoch? Könnt ihr? 19 Uhr? Nächste Woche Mittwoch? Ich denk schon! Ja! Ich hab jetzt nichts im Kalender! Ja! Oh, da kommt aber was dazwischen, dann kann ich ja nichts! Ja gut, dann ist das halt eben so! Ähm, wer von euch beiden hatte kommentiert gehabt? Wer war das noch? Ich glaube, Eruption, ne? Ja, genau! Schreib du mir nachher mal bitte eben im Messenger! Äh, dann kannst du darüber dann auf die beiden Karten! Einmal die eine für dich und einmal für dein Mate! Okay! finde ich mich gar nicht so. wirklich vielbestes leben! Vielen Dank.